Specialen R Jawoll! Super! Das war aber super! Wir haben dem Kosteange beigebracht, was er einem Jan sagen muss Ja, mein Bruder. Uuuuuh! Bravo! Spoiler oder so. Anni und mir war's breit. Das ist ein Bad Play. Uiuiuiui, geht's weg, geht's weg. Komm in die Hand! Super! Super! Er sieht's! Er sieht's! Er sieht's! Das ist gegenseitig. Super, Lame! Super! 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 Super schnell! Super schnell! Guck mal, go! Oh Gott, Führer! Komm just hier! Dann komm hier! Du bist her! Geh! Endes! Wir gehen, in Eichalu! Komm! Wir gehen! Wir machen die Eingang! Wir haben die Eingang! Wir gehen! Wir haben die Eingang! Komm, schenk dir ein Geburtstagstor! Ja! Super, Fabian! Ja, natürlich! Immer viel Anregen! Bravo, bravo! Super! Sehr gut! Sehr gut, Kärin! Sehr gut! Sehr gut! War süß! Ja, komm! Ja! Auf, drop! Ja, Luca! Ja! 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 mit ein bisschen Substrat kriegen wir es hin super schön aber es gibt oft Situationen, wo der Dejan dann daheim sagt, das habe ich gar nicht gesehen Perrin Hattrick, oder? Ja Wow, ganz knapp Super Aktion Super 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 Ja, ist kein Oh, mach sie das. Yes, 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 yes! Oh, wow! Bravo, hast du verdient wirklich. Gilt das überhaupt noch? Weil sie abpfiffen haben. Bravo!